Nein, ich wollte Kumu-Weide wählen. Ey, ich hab grad noch nicht mal gesehen, was ich wählen konnte. Kumu-Weide, Kumu-Weide, Kumu-Weide. Ach, Mann. Oh, Mann, oh, ey. Jetzt muss das Glück auf einer Seite sein. Das ist dein zweiter oder dritter Versuch, ne? Mal sehen. Na, oh, schon wieder so klar. Egal, Zafelstand ist auch okay. Er war ja auch noch nicht dran. Wir kriegen noch irgendwie jede Strecke einmal dran. Die geht klar. Denk ich auch, ja. Ich glaube, werden wir bisher noch keine doppelt, ne? Solange mich der Dya nicht überholt, ist das okay. Nee, ich glaube nicht. Naja, Anna. Wer ist denn vor dir jetzt gerade? Ja. Der kleine Sex-Sci-Geil, ne? Es ist halt perfekt, dass ich dir so hinten reinrammen kann, so. Ja. Aber ich würde einfach hoffentlich einen guten Start haben und da ist alles gut. Wir machen beide den gleichen. Ja. Aber es geht nicht überdraht. Oh, das wusste. Egal, ich hab das Item, du nicht. Das ist schon mal viel wert, wenn es ein gutes Item ist. Ah, was machst du da? Oh Gott. Ach, ich musste gerade voll aus... Ja, trifft dich mit deinem eigenen Kanzel. Nein, yes! Es hat geklappt. Du bist so leid. Oh, und. Ey, dieser war Kito schon wieder. Das war so wunderschön. Ja, das war so wunderschön. Das erinnert mich an Fabian's Highlight-Video. Oh, ich bin gut. Ich bin gut. So richtig geschockt. So, ich bin gut. Ich bin gut. Ja, dass das noch gut gegangen ist, das ist für mich auch immer noch ein Wunder. Oh mein Gott. Das war nicht schlecht, Fabi. Ja, was schade. Oh Gott, aber dafür fahr ich ja sehr ausschweifend. Dafür, oh, ich bin aber auch ins Wasser gefallen. Ja, genau. Ich war gut gerade. Oh, das Ahne. Er ist ins Wasser gefallen. Kümmer dich ruhig ein bisschen um Ahne. Ja, ja, war ich gerade. Auch ins Wasser gefallen. Ah, shit, das kann ich mir schlecht nicht. Oh, verdammt. Vielleicht überbande irgendwie? Ja, schade. Fabian, ich gönne dir den ersten Platz, solange der mich nicht überholt. Ey, ich krieg gar nicht Google-Bidi, obwohl ich Vierter bin. Was? Toll. Aber trotzdem keinen einzigen Platz aufgeholt. Ja, danke. Das sagt allerdings schon einiges aus. Entweder kommt jetzt eine Blue Shell und räumt Fabian ab, oder es bleibt so. Na, mal gucken. Oder ich mach einfach noch einen groben, fahrerischen Schnitzer. Dafür bin ich auch ab und zu mal gut. Nein, das war so knapp. Ah, ist einfach okay. Willst du mich nicht mal überholen? Nee, nee. So zum Beispiel? Kleine Arsch, ich hab voll den Witz. Ah, ha, ha, ha. Keine Atomu. Der Waluigi ist mal extrem weit vorne, sehe ich gerade. Hast du eine Karte, ja? Ja, die habe ich eingeblendet. Auf dem Bildschirm oder auf dem Gamepad? Auf dem Bildschirm. Hä, wie geht denn das bitte? Hast du, äh, drück mal Select. Okay, mach ich gleich mal. Wow, oh Gott. Nicht aus auf den Start, wie ich das letztens gemacht habe. Select, du meinst Minus, oder? Äh, oder Minus. Ja, da steht ja Select so drüber. Ich wusste schon, was du meinst. Da müsste gar nicht eingeblendet sein. Ich ahne nicht mehr, ey. So ein Shit. Nee, so nicht. Ich weiß nicht, weil das hat mich am Anfang genervt, dass es nicht ging. Oh, komisch, das Update müsstest du ja, glaube ich, haben. Ja, ja, ja. Hi, Arne. Was, du hast noch mehr davon? Seit heute. Hi, Arne. Nein. Oh nein, die geht sich auf dich, aber egal, 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 egal. Nein, das kann nicht sein. Yes. Das kann nicht sein. Unlöschen, unlöschen. Das kann einfach nicht sein. Funk dir gleich wieder ein. Ey, Fabian hat ja voll aufgeholt. Ja, der wird. Wir müssen jetzt Fabian fokussen, damit er uns nicht in der Challenge stört. Was? Nein. Fabian ist jetzt der Fokus, definitiv. Ach, macht mal weiter wie bis eben. Aber ich habe nichts gegen. Und ich sage auch noch, ich gönne dir den Platz. Gönne dir nicht mal das Schwarz unterm Finger. Ja, Donut Ebene. Genau, Donut Ebene, ja. Gruselstrecke hier. Ich glaube, der hat noch nicht den anderen Regenbogenboulevard, ne? Den neuen. Der Gruselstrecke geht mir Fabian dann mal ziemlich auf den Sack. Ich glaube, in der Gruselstrecke war es auch, wo es so lustig war, wo ich dir die Bananen auf den Kopf geworfen habe und du mich abballerst. In dem Moment. Ja, was ich ja noch immer mit am besten fand, wie ich dich einfach mal so runtergeschubst habe beim Wolkendingens hier. Wolkenstrecke? Ja, ist nie. Aber weißt du noch, was ich da meine? Direkt am Start einfach mal bam. Von wegen, eigentlich gab es doch gar keinen Grund dazu, dass du so weggeflogen bist. Ja, das war richtig beschissen. Mich soll es nicht stören. Oh, Fabian, wie viel kostet ihr denn das Item? Alle kriegen nur Münzen. Oh, und ich kriege die Rutschatten von euch, das ist sehr gut. Ich wollte euch wenigstens noch ein bisschen belästigen, damit wir alle einen Bonus bekommen, aber... Das ist alles Teil meines Plans. Der fette Masterplan. Oh, schade. Ich denke nicht an dich, Janne. Ja, ich hätte dir den Ratchet reindrücken können, aber ich habe es lieber den anderen Typen gegeben. Dein Plan. Es fängt mit Mario Kart an und später wird es doch Weltherrschaft. Will jemand mal an meine grüne Shell fahren, irgendwie so? Hier so? Du? Du hast es auch gemacht? Komm her. Ja, komm her. Arne möchte gut. Ah, nein, ich bin ein bisschen dagegen gefahren. Alter, da ist schon wieder diese Rosalina. Oh, wer hat die Blätter geschmissen? Meine, aber eigentlich war die auch echt für Arne gedacht. Mann. Tja, wer macht denn da mit der Rosalina denn so unnäß? Oh, Leute. Jetzt kriegt der ein Item und ich nicht, das ist wieder so unfair. Ja, aber es sind nur Bananas. Bananas sind P. Oh, Bananas. Ja, aber kann ich hier an dem Abschnitt gerade nichts mehr abfangen? Nicht mehr abfangen. Hat gar nicht nichts mehr abfangen? Oh, wow. Bananabeschoss. Nice, good job. Schön getroffen, Fabi. Echt, ja? Die sind extrem merkwürdig bei mir geflogen, weil es ja da so ein bisschen um die Ecke ging. Jetzt fasst sogar mich und Arne. Alter, ich fasste aus, ihr kleinen, herzlichen... Nein, nein, nein. Die Wäsche. Alle verschwören sich gegen mich. Entschuldigung. Nee, nee, nee. Hier. Der gibt sich einfach aus dem Punktestand. Naja. Ja. Der gibt's hin. Oh, da fahre ich gegen diese Scheiße. Da komm. Ach, dazu gehört auch viel Skill dazu. Ah, okay, gut. Ich ramme den Hammer. War nicht so stark. Ich war grad so schlecht wie Arne, ey. Oh, nein. Oh, Arne ist gestolpert. Ja. Gestolpert? Nein. Oh, mein Gott. Was war denn das? Ah. Gott, natürlich kommt der noch. Hm. Wir haben den doch nochmal nach vorne. Oh. Oder doch nicht. Vor allem, gerade ist man noch ganz vorne, ne? Nein. Oder zweimal getroffen und dann ist man wieder ganz hinten oder ganz mitten drin hier. Ganz mitten drin. Ganz. Nein, das ist doch nicht. Fabian, das ist das Kerl. Alter, alle meine Sachen weg. Gibt's nicht. Ich bin 8, der. Ihr 7 da. Komm her, komm her, komm her, wir müssen Fabian überwägen. Okay, dann go. Dann go. Na ja, genau. Wenn du jetzt ein paar Punkte machst, dann wird das hier alles noch knapper. Hm. Wer ist da erst? Na klar, wie bleib ich denn da? Komm, komm, nein. Ah. Nein. Ach. Hätte ich die Greenshell für mich. Mann. Scheiße, ey. Ja. Ja. Wie, Rosalina war erster. Das war ja mega. Oh nein. Siebter und achter. Ey, wie, wie hohl das eben war. Jetzt holt Gary auf, Alter. Das ist ja. Das ist doch wieder behindert, ey. Klappen Matches hier. Aber gerade war das Feld echt extrem nah beieinander. Gibt's ja gar nicht. Ja. Das kann doch echt nicht euer Ernst sein. Ihr Mistkerle. Bei Fabian, wieso bleib ich denn da hängen? Und ich so, oh mein Gott, ich kann nicht steuern. Ja, wegen dir hing ich da, glaube ich, irgendwie im Geländer fest. Total merkwürdig. Lässige mich beim nächsten Mal bitte nicht mit deinen Stacheln so. Ja, das ist, äh. Bisschen Privatsphäre kannst du mir noch gönnen. Ich weiß doch, du stehst drauf. Ja. Aber wirklich, alles richtig knapp. Mehr 10 Punkte sind da nicht zwischen. Ja. Boah, jetzt sag ich von 80 Start oder 20. Das ist das Mario Kart Phänomen. Alle Mario Kart Fans sind gleich gut. Aber peinlich ist schon, dass ein CPU... Es hängt nur von den Items ab. Ja. Aber peinlich ist schon, dass ein CPU uns alle eingeholt hat. Ja. Ja, die haben wir uns gerade richtig fertig gemacht. Fertig gedriftet? Oh, wieso? Beziehungsweise haben wir uns gegenseitig fertig. Gegenseitig? Ach Fabian, du kannst mir einen Windschatten, ist ja nett. Äh... Na klar. Sorry, Fabi. So. Nein! Und der eine von innen, der andere von vorne. Ach, krieg ich gleich noch einer. Das klingt so falsch. Das klingt so falsch. Das klingt einfach nur so falsch. Was meinst du denn da? Formleg ist ja doppeldeutsig. Gar nichts. Was meinst du denn damit, du... Du dreckiger Kopf, du. Okay, nimm mal hier. Scheiße. Ich hab gerade drei Vergleichsfeindlich abgekommen. Ach, shit. Krabi? Ach nee, ey. Weißt du, du bist in so einen Krebs gefahren? Fast. Fast, ja. Oh, die Gegendbande. Sorry. Scheiß auf Red Shills. Die Green Shills. Das sind der richtige... Das sind Arschlöcher, ja. Oh, der kommt sogar... Alter, ich glaube, der ist gerade unter mir gegen die Bande irgendwie extrem merkwürdig gegen. Hab ich gesehen. Ey, was war das denn bitte? Ich spring rüber und dachte mir schon im Flug noch, da musst du schnell weg, aber du warst schon zu spät. Da musst du schnell weg, zu spät. Er dachte sich, da muss ich schnell weg, doch es war zu spät. Der grüne Panzer traf ihn. Also ein richtig Arschloch grüner Panzer. Ich hab halt drei nach hinten geworfen, das kann gerne einer von denen gewesen sein. Naja, war auf alle Fälle einer von denen. Diese grünen Panzer, die haben echt keine Erziehung, sind richtige Arzt geworden. Ja, Mann, richtig krass. Echt, früher haben sie einen nochmal verschont, aber... Na klar. Hättest du mich ja wenigstens noch den grünen noch abschießen lassen nach vorne. Hast du doch, aber ich hab ihn ja abgeprallt wegen dem Einstern. Ach, schießt der... Dann schießen die den von alleine. Mann, Lemmy, lass mir doch mal was. Kann die Ratschel annehmen, ne? Doch, aber ich hab sie abgewehrt. Kann nicht sein, ne. Da Wario ist grad... Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber Wario ist grad zwischen zwei Itemkästen durchgefahren. Das geht doch eigentlich gar nicht. Äh, zu Bevor geht das? Wenn man nobig genug ist. Also man schafft es. Naja, aber er ist doch auch so fett, also das ist... Und der sitzt auf einem Kart, das geht wirklich eigentlich nicht. Ach, ehrlich? Ach, nein. Diese Luft. Ach, nee, ey. Was mach ich da? Diese Luft hier vorne ohne Scheiger. Los, 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 verdammt. Das ist so kack, Wario, ey. Es ist so schön, wenn hier kein Scheiger die Luft packt. Das ist echt schlimm, wenn man einmal so im Mittelfeld drin ist, ist es extrem schwer, wieder nach vorne zu kommen. Weil ich wurde ja direkt am Anfang von drei Sachen getroffen. Ja, das stimmt. Ist der echt Zweiter geworden, das kann ich sein Ernst sein. Dann ist die Luft ja doch nicht so sauber, wie ich dachte. Ja. Ich krieg dir mal am Arsch. Wie so ein Kaugummi, der ja nicht vom Schuh abgeht, ey. Kuroweide, yes! Oh mein Gott, das ist die Kuroweide. Und er ist auch noch schwarz, so wie die, die auf der Straße sind und schon eine Weile drauf umgetrampelt. Jetzt hätte einer was anderes wählen müssen und dann wäre bestimmt das andere gekommen. Ja, 100% pro. Da hätte ich drauf gewettet. Boah, ich hab tatsächlich mal die Nachrichtenfunktion genutzt. Nintendo macht Werbung für kastrierte Kühe, weil sie die in der Nase haben. Ja, ich hab vorhin auch, das war nicht fair gesucht, aber ich hab's einfach nicht gefunden. Ich glaub, das war auf der zweiten oder dritten Seite. Ich bin mal auf den Server gefahren, da hat jemand sich den Mii vom Hitler nachgemacht und hat sich auch Adolf genannt. Und der hat dann die ganze Zeit, der hat dann diesen grimmigen Gesichtsausdruck von dem genommen und hat er die ganze Zeit dann, das ist nicht fair, immer so gespannt. Wenn ich den Turm vom Motor nicht höre, ist es immer ein bisschen so. Oh, da kommt noch eine. Oh, da kommt noch eine. Oh, das war nie eine Red Shell. Das kann doch nicht sein, ey. Um nochmal zum Thema Adolf zurückzukommen. Das hast du noch nicht abgefrischet. Das hatte ich auch tatsächlich schon mal bei League of Legends. Da gibt's ja die Lane in der Mitte und wenn man in die Mitte will, dann sagt man, ich gehe mit. Da ist es sozusagen so, da hieß einer einfach mal Adolf Mittler. Mittler. Das war schon... Das ist klar, wer zu Lane-Ernen nimmt, ne? Gibt's auch Ranks in League of Legends? Ja, so ein bisschen. Was bist du denn? Bisschen? Platin 4. Ich dachte jetzt erst, als was erwähnt ist mit der Lane, so als hab ich jetzt erst mal gedacht, jetzt kommt irgendwas mit rechts, aber dann... Ahne, du Arsch. Nö, Hitler. Was denn? Warum schmeißt du deine Bananen nicht so früh weg? Äh, oder nicht früher, meine ich. Müsst du etwa reingefahren fahren? Oh mein... Alter, Leute, ihr müsst mich nicht alle checken, ja? Nee. Dann die Ohne Red Shell. Jawohl, komm. Ja, warum nicht? Jawohl, danke. Dann solltest du dir mal das Schild vom Rücken wegmachen, weil da steht irgendwie drauf, äh... Kick me. Kick me, ja, Kick me, ja. Was steht da drauf? Du Shell, Achtung. Wer ist erster? Ahno. Ich nicht. Hä? Nicht du, Ahno, oder was? Die Q ist erster, die Q. Das ist wieder irgendwie so ein No-Name, der jetzt. Ey, Fabian, wirklich keine Münzen trifft mit dem Bumerang. Keine Sau, aber du triffst, ne? Ey, na, jetzt ungefähr 8 Münzen auf einmal rum. Bumerang ist das schlecht. Ja, interessant ist, dass er halt nochmal zurückkommt, ne? Aber ansonsten finde ich den auch nicht so pralle. Was ist das, du Dreck-Sau? Nicht today. Nicht today. Ja. Oh, der kommt dann nicht mehr. Ach, Komell-Bowdall. Fabian gönne ich den ersten, der ist nicht so gefährlich gerade. Sechste. Ach, du Scheiße. Na ja, ich hab wieder ein bisschen Boden verloren, ne? Obwohl, zurzeit bin ich dein erster Konkurrent, jetzt erklär. Ja, weil du als erster geworden bist. Aber der Scheiger ist halt nicht zweiter geworden, das ist das Gute daran. Scheiger ist nicht zweiter geworden. Wenn ich zweiter bin, kann er nicht zweiter sein. Er kann höchstens erster sein, doch du warst erster, also kann er auch nur dritter sein. Also soll ich jetzt den ersten machen, okay, kein Problem. Machen wir.